Der YouTuber Aggressionsprobleme hat ein Kritikvideo gegen Tobias Huch gemacht. Es trägt den Titel Schämlich Tobias Huch. Naja, was der Inhalt dessen ist, das werden wir uns ja gleich ansehen. Zum Thema kann ich schon mal sagen, es wird um den Nahostkonflikt und seine Rezeption hier in Deutschland gehen. Und danach werden wir noch ein bisschen über einen anderen Vorwurf gegen Tobias Huch reden. Ja, wie gesagt, da können wir nachher zu kommen. Kurz vorweg, die Grenzgegängerstudios haben gegen Tobias Huch einen Vorwurf erhoben, dass er ein Video von ihm gesperrt habe. Wenn es ein Statement von Tobias Huch geben sollte, dann schickt mir das gerne, dann reagiere ich da nämlich auch noch drauf. So, aber kommen wir nun zum Kritikvideo von Aggressionsproblemen. Der Mann scheint neben seinem YouTube-Kanal auch noch einen besser laufenden TikTok-Kanal zu haben. Was er da so genau macht, weiß ich allerdings nicht. Naja, aber schauen wir mal, wie gut das YouTube-Video hier geworden ist. Hallo meine Antisemiten. Ich weiß, ihr seid keine Antisemiten, doch es gibt auf Social Media Fake-Propagandisten, wie zum Beispiel Tobias Huch, der der Meinung ist, dass jeder ein Antisemit ist, der gegen das Vorgehen des israelischen Militärs ist. Somit kommen wir auch direkt zum Thema, denn Tobias Huch hat ein Video über mich veröffentlicht. Ey, das ist eine krasse Aussage. Ich verfolge Tobias Huch nicht so. Also, das ist eine krasse Ansage. Indem er behauptet, ich würde Fake News betreiben. Ich weiß, es ist unglaublich, dass er das behauptet und es gibt sogar Leute in seinen Kommentaren, die glauben, dass er mich hops genommen hat. Er hat fast gar nichts von dem, was er gesagt hat, belegt. Und wenn er Beweise vorgelegt hat, dann waren sie wirklich schlechte Beweise. Und ich zeige euch das jetzt auch ganz kurz. Aber schauen wir einfach gemeinsam in das Video rein. Nun hat der gute Aggressionsprobleme mich aber wieder als Clickbait benutzt und verbreitet allerlei Unsinn zu Israel und Palästina. Nein, Tobias, natürlich habe ich dich nicht als Clickbait benutzt. Das weißt du auch. Denn mit deinem Gesicht und mit deinem Namen macht man überhaupt nicht viele Aufrufe. Meine Katzenvideos machen mehr Aufrufe, als wenn ich Videos über deine Wenigkeit mache. Seit Oktober kommen regelmäßig von ihm Fake News Videos. Vor allem die Verteuflung Israels. Das böse Israel. Kritik an der Hamas? Aufklärung? So was am 7. Oktober passiert ist? Benennung der Hamas-Verbrechen wie Vergewaltigung, Köpfen und Entführen? Fehlanzeige. Also erstens gab es schon Aufzählungen und Benennungen von Aktionen, die die Hamas gegenüber der israelischen Regierung beziehungsweise dem israelischen Volk gemacht hat. Also das ist schon mal deine erste Lüge. Und zweitens behaupte ich nicht einfach blind, dass Babys geköpft wurden, weil es davon nicht eine einzige Aufnahme gibt. Es gibt keine einzige Aufnahme dafür und keinen authentischen Beleg. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar ganz viele unabhängige Medienjournale, die behaupten, dass das Fake News sind. Und dass du hinter Fake News stehst, ist eigentlich nichts Neues. Aber das soll nicht heißen, dass das Ganze nicht passiert ist, sondern das heißt einfach nur, dass ich nicht einfach irgendeine israelische Propaganda weiter betreibe, im Gegensatz zu dir. Und deswegen widme ich mich heute seinem letzten klickgeilen TikTok-Show. Okay, da wäre ich jetzt auf die Belege von Tobias Hoch gespannt gewesen. Also ich hoffe jetzt, dass Aggressionsprobleme das hier nicht zusammenschneidet unter die Belege rausgenommen hat. Aber das ist schon vorzuwerfen, ohne da Belege dafür vorzulegen. Ich finde es nebenbei erwähnt wirklich sehr stark, dass Tobias Hoch hier in Zeitlupe spricht, damit sein Video auch auf die 8 Minuten kommt. Denn sein Video geht genau 8 Minuten und er muss da halt wirklich sehr, sehr langsam sprechen, damit er dieses Video auf 8 Minuten strecken kann. Denn ihr müsst wissen, dass man auf YouTube bei einer Videolänge von ab 8 Minuten viel mehr Geld bekommt, als wenn es unter 8 Minuten ist. Das Lustige daran ist, ist, dass er mir später noch vorwerfen wird, dass ich das Ganze für Geld mache. Ja, das kann man dem anderen immer vorwerfen. Das ist jetzt kein zentraler Punkt. ...wahrscheinlich so aus, als würde er das Leid der Palästinenser und der Israelis für seine finanziellen Zwecke ausnutzen. Aber vielleicht ist es auch nur ein Zufall, dass er in Zeitlupe spricht und dass das Video auf genau 8 Minuten kam. Aber um euch dieses langsame Sprechen zu ersparen, lasse ich das Video in Zukunft einfach schneller laufen. Ich habe vor etwa einer Woche eine Instagram-Story gemacht, die ihm nicht gefallen hat. Und zwar diese. Die blende ich jetzt ein. Am Vortag des 27. Januars. Tobias Huch postet auf seinem Instagram-Account folgendes. Heute ist Holocaust-Gedenktag und in Berlin finden Pro-Hamas-Demos statt, um die 6 Millionen Opfer des Holocaust und die 1200 Opfer des 7. Oktober zu verspotten. Das finde ich ja auch widerlich. Also den Holocaust für seine eigene politische Agitation zu missbrauchen. So weit, so gut. Eine Story, hinter der ich selbstverständlich stehe. Denn ich beobachte diese sogenannten Free-Palästine-Demos sehr genau und habe auch immer Kontakt vor. Ja, aber da, also ganz ehrlich, da sollte man so viel Respekt vor den Opfern haben, die nicht zu instrumentalisieren, um dagegen aktuelle politische Gruppierungen Stimmung zu machen. Du hast also Kontakt zu Leuten, die vor Ort sind und diese Demos beobachten. Ich weiß, dass du das hast. Und ich weiß auch, wer deine Quelle ist, auf die du dich beziehst. Das ist nämlich Iman Sefati. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, es ist nicht verwerflich, ihn nicht zu kennen. Er ist ein iranischstämmiger Bildreporter. Und wie Bildreporter arbeiten, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu streiten. Ihm passt das aber irgendwie nicht und so sagt er folgendes. Also lieber Tobias, ich war schon bestimmt auf 80 pro-palästinensischen Demonstrationen, sowohl in Berlin als auch in anderen Städten und sogar in anderen Ländern bin ich dabei gewesen. Und noch nicht ein einziges Mal wurde in meiner Anwesenheit eine Pro-Hamas-Parole gerufen. Hm, du warst also auf 80 Demos? Und da gab es kein Bekenntnis zu Hamas? Etwa auch kein Antisemitismus? Seltsam. Auf fast jeder Demo, die ich kenne, werden die Hamas-Terroristen als Freiheitskämpfer oder Widerstand glorifiziert. Er lügt einfach schon wieder. Wie gesagt, ich bin auf fast jeder Demonstration, die in Berlin stattfindet. Die Formulierung mit Freiheitskämpfer, die kam ja von Erdogan. Und ich weiß jetzt nicht, auf welche Demos Tobias Huch sich bezieht, aber wenn er, keine Ahnung, sich auf die Türkei bezieht, wo, wie gesagt, Erdogan geredet hat, dann hat er recht. Aber er meint wahrscheinlich Demos in Deutschland und auf die bezieht sich ja jetzt auch Aggressionsprobleme. Da wird keine einzige, keine einzige Parole gerufen, wo der 7. Oktober verharmlost wird oder wo die Hamas glorifiziert wird. Keine einzige. Und das weiß er auch, denn ansonsten würde der Veranstalter dieser Demonstration ein sofortiges Verbot kriegen. Blöd ist aber nur, dass fast die letzten 30 Veranstaltungen immer wieder vom selben Veranstalter stattgefunden haben. Und Tobias gibt auch gar keine Belege dafür ab. Also er sagt einfach, da wird die Hamas glorifiziert und es wird über die Opfer vom 7. Oktober gespottet. Er hat keinen einzigen Beleg dafür, dass das passiert. Er stellt einfach eine Behauptung auf, ohne das Ganze zu beweisen. Und natürlich gibt es Leute in seiner Community, die ihm das einfach blind glauben. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, es gibt auch sehr viele Leute in seiner Community, die vor allem auf Instagram sehr oft schreiben, dass sie ihn eigentlich mögen, aber in dem Israel-Palästina-Konflikt ganz anderer Meinung sind, weil Tobias hier Propaganda und Hetze betreibt. Tobias löscht aber diese Kommentare, also er löscht sogar die Kommentare seiner eigenen Community auf Instagram und mittlerweile dürfen nur noch ausgewählte Personen kommentieren. Das ist freier Journalismus, oder? Also man darf unter dem Beitrag eines Journalisten seine freie Meinung nicht kundtun, außer sie entspricht der Meinung des Journalisten. Richtig nice. Und die Verbrechen am 7. Oktober, die werden geleugnet. Oder warst du heimlich auf Israel-Demos? Denn da geht es eigentlich immer recht friedlich zu. Und selbst wenn es das ein, zwei Mal seit dem 7. Oktober gegeben hat, dann kannst du nicht die ganze Demonstration pro Hamas nennen. Äh, was ist das denn für ein Strohmann? Also gab es doch solche Vorfälle? Oder lenkst du ab, indem du schwindelst und von ein, zwei Mal sprichst? Ich habe keine Ahnung, wie man das, was ich dort sage, nicht verstehen kann. Ich sage, wenn es das ein, zwei Mal seit dem 7. Oktober gegeben hat, da geht es eigentlich immer recht friedlich zu. Und selbst wenn es das ein, zwei Mal seit dem 7. Oktober gegeben hat, dann kannst du nicht die ganze Demonstration pro... Er hätte hier den Konjunktiv verwenden müssen. Deswegen, da ein Indikativ verwendet, kann man ihm das hier unterstellen, dass er behauptet hat, es habe das tatsächlich gegeben. Was ich dort sage, nicht verstehen kann. Ich sage, wenn es so etwas gegeben hat, dann kann man das nicht auf die ganze Demonstration beziehen. Denn an unseren Demos nehmen bis zu 10, 20, 30, sogar manchmal 40.000 Menschen teil. Und wenn jetzt unter diesen 40.000 Menschen irgendein Idiot dabei ist, der etwas sagt, was verboten ist, dann kannst du das nicht auf die ganze Demo beziehen. Genauso wie du unter anderen Videos in den... Ja, das hat man tatsächlich bei den Friedensdemos im Ukraine-Krieg so gemacht. Also da hat man ja, wenn da ein rechter Politiker da war, gesagt, guck mal, die ganze Demo ist rechts. Oder wenn da einer mit einer Schlage war, guck mal, die ganze Demo ist pro-russisch. Also inwieweit das bei den aktuellen Nahost-Demonstrationen der Fall ist, das weiß ich nicht. Aber das ist ein Muster, das wir tatsächlich aus anderen Fällen auch schon kennen. Wenn du momentan rechte Leute hast, die rechte islamfeindliche Propaganda betreiben, kann man das nicht auf deine gesamte Community beziehen. Das ist eigentlich total simpel zu verstehen. Und ich dachte, dass du als erwachsener Mann ein gewisses Verständnis für Worte mitbringst. Aber Tobias betreibt hier ganz offen Framing. Dumme Menschen könnten das auch ganz falsch verstehen. Und deswegen nehme ich das einfach so auf und verkaufe meiner Community, dass ich das so verstanden habe, damit sie das auch so verstehen. Obwohl er ganz gut verstanden hat, was ich damit meine. Ist es nicht vielmehr so, dass es auch ein, zwei Mal vernünftige Forderungen gab und ansonsten vor allem from the river to the sea geprüllt wurde und Wünsche nach der Zerstörung des Staates Israel? Ne, ist es nicht. Du lügst einfach schon wieder. Wie gesagt, das wüsstest du aber, wenn du selber an diesen Demonstrationen teilnehmen würdest und nicht einfach nur von außen hin lügen würdest. Du lügst einfach. Du lügst. Dein ganzes Video lang. Dein ganzes Video basiert auf einer Lüge. Du bist nicht vor Ort. Du bist nicht vor Ort und du hast auch keine authentische Quelle für diese Berichte. Du lügst einfach. Also ich erkläre dir ganz kurz, wie das auf pro-palästinensischen Demos verläuft. Es wird nicht zur Vernichtung Israels aufgerufen. Noch nie wurde eine Parole diesbezüglich gerufen. Also ich habe auf jeden Fall noch keine einzige mitbekommen und ich bin auf jeder Demo, die in Berlin stattfindet, dabei. Während du Leute hast, die regelmäßig vor Ort sind und darüber berichten. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich, denn das wird das Lustigste von allen. Wir verspotten keine 6 Millionen vergasten Juden. Wir haben damit auch nichts zu tun, sondern das waren die Vorfahren deines Landes, die diese Juden vergast haben. Und ich würde an deiner Stelle etwas mehr Respekt diesen Menschen gegenüberbringen und sie nicht für deine Hetze instrumentalisieren. Ähm, wie? Deutschland ist nicht dein Land? Hast du deinen deutschen Pass abgegeben? Deine Staatsbürgerschaft? Bist du da zurückgetreten? Oder warum lehnst du Deutschland ab? Erstens, warum zappelst du so rum? So werden deine Lügen nicht automatisch zur Wahrheit. Und zweitens... Ja, aber das war jetzt auch nicht der zentrale Punkt. Also ich weiß jetzt nicht, wo Aggressionsproblems das Vorfahren herkamen. Wahrscheinlich außerhalb von Deutschland. Aber das war ja nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt war, dass hier der Holocaust missbraucht wird, um aktuelle politische Ereignisse zu kommentieren. Also dass quasi instrumentalisiert wird. Und sowas sollte man auf keinen Fall machen. Was hat das damit zu tun? Also du gehst einfach nicht auf die Aussage ein und möchtest einfach wieder Framing betreiben. Du möchtest einfach den Spieß umdrehen und irgendeine Angriffsfläche suchen. Ja, im Chat schreibt, äh, what else gerade? Aggressionsprobleme nennt auch keine Beweise. Er ist Türke, schreibt gerade einer. Gut zu wissen. Ähm... Ja, aber es ist die Existenz, also die Nicht-Existenz von etwas zu beweisen. Also er müsste dann ja wirklich jede Palästina-Demo komplett mitgefilmt haben, uns das hier jetzt zeigen. Also wer Beschuldigungen erhebt, beispielsweise da wurden antisemitische Parolen gutgerölt oder da wurde zur Vernichtung Israels aufgerufen, der muss das belegen. Also nicht derjenige, der einfach sagt, nee, das gab's nicht. Also wenn du jemand anderen beschuldigst, dass er etwas getan hat, dann musst du die Beweise vorbringen und nicht der andere. Ich verstehe, dass du das machst, weil du halt auch Leute in deiner Community hast, die das Ganze glauben. Deine Aussage hat einfach rein gar nichts damit zu tun und du weichst einfach nur aus, weil du der Wahrheit nicht ins Auge blicken kannst. Schau dir doch mal die ZDF-Doku an, die ich unter dem Video verlinkt habe. Das sind alles vor allem Demos in Berlin. Ich soll mir also deine verlinkte Doku vom ZDF anschauen, von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich erzähl dir mal ganz kurz was über die Öffentlich-Rechtlichen. Sie wissen, dass ich einer der größten Aktivisten in Deutschland bin und deswegen wollten sie ein Interview mit mir führen und einen Dokumentarfilm mit mir führen. Weil ich aber weiß, dass die Öffentlich-Rechtlichen des Öfteren lügen, das weißt du wahrscheinlich auch und auch deine Community weiß das, habe ich dem Ganzen unter einer Voraussetzung zugestimmt. Und zwar, dass dort nicht gelogen werden darf, weil sie das oft machen und dass dort keine Tatsachen verdreht werden dürfen. Ich habe das Ganze sogar vorher mit der jungen Dame gefilmt und dann haben wir gefühlt sechs Stunden lang in Berlin-Neukölln bei Wind und Regen einen Dokumentarfilm aufgenommen, der niemals veröffentlicht wurde, weil es meiner Meinung nach ein riesiges Eigentor gewesen wäre. Das Team und die Journalistin waren trotzdem super korrekt, also ich bin super zufrieden gewesen mit denen, super liebe Menschen, aber dennoch habe ich mich einfach auf die sichere Seite gestellt und dieser Dokumentarfilm wurde niemals veröffentlicht. Das heißt, diese Angestellten wurden einfach bezahlt, obwohl mit dem Material nichts passiert ist. Also so authentisch ist deine Quelle nicht. Das weißt du eigentlich auch selber und dass Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen die ganze Zeit auf Demos unterwegs sind und Leute mit provokanten Fragen bombardiert haben und sie manchmal angeschubst haben, nur damit sie impulsiv reagieren, damit die Journalisten gutes Bildmaterial haben, das weiß eigentlich jeder, der schon einmal in einer Berliner Demo dabei gewesen ist. Das ist leider die typische Herangehensweise von Journalisten. Aber auch das wüsstest du, wenn du nicht nur lügen würdest, sondern wenn du ein einziges Mal selber dabei gewesen wärst. Ja okay, das ist jetzt auch anekdotische Evidenz. Also da hätte ich jetzt auch gerne einen Beleg gehabt. Es gab es bei keiner einzigen unserer Demonstrationen auch nur eine einzige Situation, wo sich über die 1200 verstorbenen Menschen lustig gemacht wurde. Uff, baust du da etwa wieder einen Strohmann auf? Ich habe in meiner Story doch gar nicht von deinen Demos gesprochen. Auch hier lügt er schon wieder. Er hat zwar nicht von meinen Demos gesprochen, aber ich habe in meinem Video gemeint, dass auch auf keiner einzigen Demo, die ich nicht veranstaltet habe, sondern wo ich einfach nur Teilnehmer war, sich noch nie über die 1200 verstorbenen Israelis lustig gemacht wurde. Denn auch das war eine Lüge, die er mit keiner einzigen Quelle belegt. Wie gesagt, ich war auf bestimmt 80 Demonstrationen und ich habe so etwas noch nie gesehen. Und selbst wenn es unter diesen zehntausenden Menschen eine Person gab, die in irgendeine Kamera so etwas behauptet hat, dann ist es leider eine Person, die geistig gestört ist. Das hat aber nichts mit der allgemeinen Demo zu tun, weil die Demonstranten im Allgemeinen für Frieden einstehen. Keiner ruft, dass Israel zerstört. Das ist tatsächlich, also jetzt mal unabhängig von dem Thema hier, eine Erfahrung, die ich auch bei vielen anderen Demos schon gehört habe. Sei es bei den Bauernprotesten oder bei den Friedensdemos. Also die Bauernproteste, da wurde ja auch mit Kameras auf jedes Reichsbürgerschild oder so, was man erspähen konnte, draufgesumt und dann gesagt, guck mal, die rechten Bauern. Also das ist ja schon etwas, was in den Medien häufiger stattfindet, dass da sehr verzerrt Bericht erstattet wird. Stört werden soll, dass Menschen leiden sollen, sondern es soll einfach aufhören, dass unschuldige Zivilisten umgebracht werden. Wovon du übrigens noch kein einziges Wort verloren hast und dich auch davon gar nicht distanziert hast. Also ich blende das jetzt nochmal ein, was ich veröffentlicht habe. Aber was ist jetzt Aggressionsprobleme? War es am 27. Januar eine Pro-Hamas-Demo oder war es keine? Aber das Ganze wüsstest du, wenn du nicht nur von außen hin Fake-Propaganda und Fake-News betreiben würdest, sondern wenn du selber mal die Eier in der Hose hättest, um mal an einer Demonstration aktiv teilzunehmen. Richtig. Ich war am 27. Januar übrigens in Berlin und habe mit vielen Augenzeugen gesprochen. Die sagen mir ganz klar, dass es eine Pro-Hamas-Demo war. Aber schauen wir doch mal, was bei diesen Demos so war. Es gibt ja Aufzeichnungen. Ja okay, jetzt steht Aussage gegen Aussage und jetzt will uns Tobias Huch ein Beleg bringen. Schauen wir mal an, wie der ist. Jetzt kommen wir zu dem besten Part des Videos. Sein Augenzeuge, von dem er berichtet, ist unter anderem Iman Sefati. Wie gesagt, Bild-Reporter, mit dem ich auch schon die eine oder andere Erfahrung hatte und auch schon das ein oder andere Gespräch hatte. Iman Sefati postet von der eben angesprochenen Demo ein Video, wo ein Teilnehmer dieser Demonstration verhaftet wurde. Keiner kennt den Hintergrund und keiner weiß, was passiert ist. Darüber berichtet er. Aber nicht einmal eine einzige Stunde später gab es einen pro-israelischen Aktivisten, der auf Frauen zugerannt ist und sie verprügeln wollte. Zum Glück konnte dieser Mann aufgehalten werden. Darüber hat Iman Sefati aber kein einziges Wort verloren. Und auch hier wieder sehen wir, dass das absolute Meinungsmache ist. Es wird also ein Demonstrant festgenommen. Darüber berichtet er. Aber ein pro-israelischer Aktivist, der Frauen verprügeln möchte und verhaftet wird, darüber wird kein einziges Wort berichtet. Also, wie authentisch sind deine Quellen, lieber Tobias? Ich weiß echt nicht, wie viele Eigentore man sich innerhalb von 8 Minuten geben kann. Aber schauen wir doch mal, was bei diesen Demos so war. Es gibt ja Aufzeichnungen. Und die wurden mir auch zugeschickt. Du kennst die sicherlich, denn du warst ja auf all diesen Demos. Ja, auch das. Also, wenn du auf eine Demo bist, dann kriegst du den unmittelbaren Bereich um dich herum mit. Wenn da irgendjemand in irgendeiner anderen Ecke was passiert oder irgendein Idiot einredet, dann heißt das nicht, dass du was mitbekommen haben musst. Eine Terrororganisation sein soll, frage ich mich, was soll denn dann der deutsche Staat sein? Das ist die Terrororganisation, die du bekannt hast. Ach, da schau her. Was ist also eine Pro-Palästina-Demo? Aggressionsprobleme? Da war nicht für die Hamas irgendwie demonstriert worden? Nein, Tobias, da wurde nicht für die Hamas demonstriert und du lügst schon wieder. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, das ist die zehnte Lüge, die du getroffen hast. Denn in dieser Ansprache wurde nicht gesagt, dass Hamas keine Terrororganisation ist, sondern da wurde gesagt, wenn die Hamas eine Terrororganisation sein soll, was ist dann die deutsche Regierung? Und ich verstehe diesen Satz, ich glaube auch, dass du das verstehst, aber das mit Absicht fehlinterpretierst, damit du das auch falsch an deine Community weitergeben kannst. Denn wir dürfen die Tatsache nicht vergessen, dass Israel vor dem internationalen Gerichtshof steht und dort auf der Anklagebank sitzt, weil ihnen ein Genozid vorgeworfen wird. Du wirst jetzt gleich wieder lügen und die Tatsachen zu diesem Gericht und dem Prozess verdrehen. Fakt ist aber, dass das Gericht entschlossen hat, dass der Vorwurf eines Genozids gerechtfertigt ist. Das war übrigens die Demo am 27. Januar am Abend in der Friedrichstraße in Berlin. Und am Mittag haben diverse israelfeindliche Gruppen ebenso demonstriert, auch in Berlin. Und schauen wir mal an, was da so zum schlimmsten Massenmord an Juden nach dem Holocaust gesagt wird. Wohlgemerkt am internationalen Gedenktal. Also man kann ja bei aktuellen Konflikten unterschiedlicher Meinung sein, aber muss man immer mit dieser großen geschichtlichen Keule kommen? Das ist genauso wie die vergleichen von Putin und Hitler, die wir andauernd hören mussten. Also kann man nicht nur noch mal tiefer stapeln. Tag zum Holocaust. Ich würde dich was Persönliches fragen. Sie haben wahrscheinlich die Bilder auch vom 7. Oktober gesehen. Wie fanden Sie den Anschlag oder den Terroranschlag? Also das ist ein Gewaltakt in einer sehr langen Serie, die seit 1948 andauert und davor. Das war ein schmerzhafter Akt gegen die Israelis. Das muss man einreihen in der ganz langen Reihe der Gewalt. Und vor allem, dass von der Seite Israel an die Palästinenser verübt wird. Keine Verurteilung. Moment mal, die Aussage hören wir uns jetzt nochmal an. Also, okay, das ist ein bisschen länger, aber wir hören uns nochmal an. Also der Reporter möchte eine normative Aussage. Er möchte, dass der Mann hier ein Werturteil zu diesem Anschlag abgibt. Und die einzige vernünftige Antwort, die man da geben kann, ist natürlich, fand ich schrecklich. Also niemand findet es sehr gut, wenn Zivilisten umgebracht werden. Also das ist ein Gewaltakt in einer sehr langen Serie, die seit 1948 andauert und davor. Das war ein schmerzhafter Akt gegen die Israelis. Das muss man einreihen in der ganzen... Schmerzhaft. Hier war eine moralische Bewertung. Also, wer verurteilt das hier? Es ist eine lange Reihe der Gewalt, vor allem, dass von der Seite Israel an die Palästinenser verübt wird. Keine Verurteilung. Doch? Also, wollen wir uns das nochmal anhören? Also, hat Tobias Huch da gerade einen anderen Clip gesehen? Das war ein schmerzhafter Akt gegen die Israelis. Das war ein schmerzhafter Akt? Oder höre ich da gerade nicht richtig zu? Er schreibt gerade einer im Chat, ich denke, die Person kann nicht so gut Deutsch. Ja, ja, also ihr merkt ja, wie er sich ausdrücken soll. Also wir wissen jetzt gar nicht, das wissen wir auch nicht, wie gut er sich überhaupt in Deutsch ausdrücken kann. Und, ja, er hat gesagt, das war ein schmerzhafter Akt. Also, wie klar kann man das denn noch verurteilen? Also, was soll man denn sonst sagen? Ja, das war ein schmerzhafter Akt für die Israelis. Natürlich war das eine Verurteilung. Hä? In der ganz langen Reihe der Gewalt, vor allem, dass von der Seite Israel an die Palästinenser verübt wird. Keine Verurteilung. Das finde ich ja sch... Ist Tobias Huch nicht Journalist? Also, wie kann man... Wie kann man diese Verurteilung denn nicht... Lassen wir ihn mal weiterreden. Keine Benennung der Verbrechen, keine Distanzierung zu... Er hat Gewalt gegen die Israelis gesagt. Also, natürlich. Ja, und Distanzierung von der Hamas, danach wurde er nicht gefragt. Er wurde gefragt, wie er diesen Anschlag fand. Nicht, wie er... Oder nicht, ob er sich von der Hamas distanzieren will. Also, warum soll ich mich von etwas distanzieren, mit dem ich nichts zu tun habe? Also, Tobias Huch fragt, er fordert ja etwas, was überhaupt nicht von der Frage impliziert wurde. Hamas. Also, falls du nicht zugehört hast, er sagt, dass es ein Gewaltakt war. Was es auch gewesen ist. Also, er sagt, dass das, was die Hamas gemacht hat, ein Gewaltakt war. Ebenfalls sagt er, dass man das einreihen muss in die ganzen gewalttätigen Aktionen, sowohl seitens der Hamas, als auch seitens der Israelis. Schon wieder verbreitest du Fake News und verdrehst hier Tatsachen. Aber eine sehr interessante Aussage hast du getroffen, auf die ich nochmal eingehen möchte. Keine Verurteilung, keine Benennung der Verbrechen, keine Distanzierung zu Hamas. Warum verurteilst du etwas, was der Mann gar nicht gemacht hat, was du aber selber machst? Warum distanzierst du dich nicht von den Gräueltaten der israelischen Armee? Warum distanzierst du dich nicht davon, dass Israel 30.000 Zivilisten umgebracht hat? Warum distanzierst du dich nicht von den Kriegsverbrechen, die Israel ganz offensichtlich begeht? Falls du aber gleich wieder lügen möchtest, ich habe hier eine Liste des Bundesministeriums für Justiz, die auflässt. Ich habe mich ja jetzt nicht so genau mit dem beschäftigt, was Tobias Huchter so auf seinem Kanal macht. Aber seine Position scheint schon stark pro Israel. Also wenn mich irgendwie, irgendwer dazu auffordern sollte, dass ich mich von irgendwas distanzieren soll, wäre meine Antwort immer sofort, warum soll ich mich von etwas distanzieren, womit ich nichts zu tun habe? Also ich habe, wie gesagt, mit einem Nahostkonflikt, muss ich mich eh erst einlesen, was da passiert ist. Da bin ich, ihr merkt das auch hier in meinen Kommentaren, sehr vorsichtig und sehr neutral, wenn ich mir hier solche Videos angucke. Ja, aber ich habe da auch mit keiner der Seiten was zu tun. Also alleine dieses Abfordern von Bekenntnissen, dieses Abfordern von Distanzierungen, das finde ich immer sehr seltsam. Das ist ja auch in anderen Konflikten häufig so, dass man gar nichts sachlich über den Ukraine-Krieg beitragen darf, ohne sich dreimal von Putin zu distanzieren. Also deswegen würde ich hier sowohl diese Forderung von Tobias Huch, also seine Distanzierungsforderung gegenüber dem Mann, als auch Aggressionsprobleme, Distanzierungsforderung hier zurückweisen. Das sind alles Punkte, die auf Israel zutreffen, bis auf die Vergewaltigung, davon habe ich noch nichts gehört. Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Krankenhäuser, Kirchen, Schulen, Universitäten und Denkmäler. Auf all das trifft die Bombardierung Israels zu. Plünderung und Zerstörung von Eigentum. Sie plündern und zerstören nicht nur, sondern sie besetzen auch und klauen ihre Häuser. Angriffe auf humanitäre Hilfsmissionen, friedenshaltende Missionen und auf Mission des Roten Kreuzes. All das hat Israel gemacht. Verwendung von Bier. Ja, es sind schon Dutzende UN-Mitarbeiter gestorben seit Beginn der israelischen Invasion. Auch schon zahlreiche Journalisten, also. Biologischen, chemischen und Atomwaffen. Das ist fast das Einzige auf dieser Liste, was Israel noch nicht begangen hat. Aber lass mich raten, auch das sind wieder Fake News, oder? Hey, Aggressionsprobleme. Zentralrat der Kufar, das stimmt so nicht. Das Völkerrecht beruht nicht auf Reziprozität. Also nur weil eine Seite Zivilisten als Schutzschilde nutzt, darf man nicht beliebig darum bombardieren. Also da musst du trotzdem darauf achten, keine zivilen Ziele zu treffen, beispielsweise Krankenhäuser. Also nur weil eine Seite das humanitäre Völkerrecht bricht, heißt das nicht, dass die andere Seite da keine Rücksicht mehr auf Zivilisten nehmen muss. Also nach der Logik dürfte Russland ja auch in der Ukraine Schulen und Krankenhäuser bombardieren, da die Ukraine Zivilisten als Schutzschilde verwendet. Nachweislich. Also das, die Logik würde da ja auch niemand anwenden. Folgst du jetzt etwa diese klaren Pro-Hamas-Demos? Es sind keine Pro-Hamas-Demos und schon wieder lügst du. Also nachdem man so hops genommen wurde, muss es wirklich peinlich sein, dieses Video nochmal anzusehen. Hey Tobias, 30.000 verstorbene Zivilisten, davon über die Hälfte Frauen und Kinder. Du ignorierst das einfach. Du unterstützt ganz offensichtlich die bestialischen Angriffe der israelischen Armee. Und wie fühlt sich das eigentlich an, am laufenden Band zu lügen? Fragen über Fragen. Wie kannst du eigentlich noch jeden Morgen in den Spiegel blicken? Sind TikTok-Likes oder TikTok-Reichweite und das neue Monetarisierung? Das ist jetzt die gleiche Unterstellung, die wir vorhin von Aggressionsproblemen gesehen hatten. Also klar, man kann der anderen Seite immer vorwerfen, dass sie an Geld und Ruhm interessiert sei. Sind die so lecker? Oder macht man sich damit so die Taschen voll? Ist das so? Ich habe davon gehört, dass es wohl richtig in der Kasse klingeln soll. Ah, okay. Ich möchte mit deinem Gesicht und mit dieser Story Geld verdienen, oder? Tobias, bitte mach dich nicht wichtiger als du bist. Dein Video war so unglaublich schlecht. Und du wirfst mir tatsächlich vor, dass ich das Ganze mache, um Klicks zu machen. Ist das der Grund, warum du dieses Video auch auf Instagram und auf TikTok hochgeladen hast? Warum hast du dein Video von gestern nicht auf Instagram oder auf TikTok hochgeladen? Beziehungsweise, warum hast du deine letzten 30 oder 50 Videos nicht auf Instagram oder auf TikTok hochgeladen? Warum postest du stattdessen das Video, was mich betrifft, auf Instagram und auf TikTok? Weil es dir Klicks bringt? Weil du deine Fake News verbreiten möchtest? Ich glaube, ich werde zu Tobias kein einziges Video mehr machen. Denn das, was er hier gemacht hat, ist so schlecht gelogen, dass es für mich schon eine Beleidigung ist. Und ich weiß nicht, ob seine Community das wirklich nicht einsehen möchte. Aber das war so schlecht gelogen. Und auch seine ganzen anderen Videos sind so schlecht gelogen. Und seine ganzen Quellen, die er angibt, könnten schlechter überhaupt nicht sein. Tobias, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich weiß, du wirst jetzt auch noch irgend... Ich weiß wirklich nicht, wie du dieses Video jetzt noch rechtfertigen möchtest. und wie du wieder Tatsachen verdrehen möchtest. Du kannst das sehr gerne machen. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich bin überall auf Demos unterwegs. Du nicht. Du warst noch auf keiner einzigen Demonstration. Und deswegen kann ich besser beurteilen, was auf diesen Demonstrationen stattfindet. Diese Menschen wollen Gerechtigkeit. Diese Menschen wollen einen Waffenstillstand. Sie möchten nicht, dass unschuldige Menschen sterben. Ganz gleich, ob es israelische Zivilisten sind oder palästinensische Zivilisten sind. Wir wollen einen Waffenstillstand. Also dem Statement kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Es braucht einen Kompromissfrieden in diesem Konflikt. Wir möchten nicht, dass weiterhin unschuldige Kinder sterben müssen. Ich möchte, dass die israelischen Geiseln freigelassen werden und auch die palästinensischen Kriegsgefangenen freigelassen werden. Ja, auch das. Auch das. Also, das klingt alles gar nicht so... Also, der hat ja total gemäßigte Positionen. Wir möchten, dass die Palästinenser, genauso wie die Israelis, ganz in Ruhe leben dürfen. Und wir haben kein einziges Problem mit Juden. Wir haben Juden in unserem Umfeld. Und wir haben sehr viele Juden, die bei unseren Demos ganz vorne mitlaufen. Aber was du machst, ist absolutes Framing und die größte Art von Hetze und Fake-Propaganda, die ein Mensch auf Social Media verbreiten kann. Deswegen, lieber Tobias, bitte ich dich ganz nett darum, halt den Ball flach und hör auf, weiterhin Lügen zu verbreiten. Auch wenn das Geld dafür schmeckt. Du löscht zwar die Kommentare unter deinen Beiträgen. Das ist deine Sache. Das ist auch dein Recht, obwohl das absolut nichts mit freiem Journalismus zu tun hat. Aber die Kommentare unter diesem Beitrag, die kannst du nicht löschen. Und auch die Kommentare von deiner Community, die dieses Video sehen werden und mir zustimmen werden, weil ich glaube, dass du auch Leute mit Verstand in deiner Community hast, die kannst du nicht löschen. Das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist, mich anzuzeigen. Denn ich habe gehört, dass du das sehr gerne machst. Aber selbst wenn du das machst, sehen die Leute wieder dein wahres Gesicht. Rest in Peace, Tobias Huch. Ja, das war ja ein interessantes Video. Also, Aggressionsprobleme, wie gesagt. Ich wusste nicht, was der TikTok ist. Was der da so genau macht, weiß ich auch nicht. Beschäftigt sich, glaube ich, mit Geopolitik, wenn ich richtig informiert bin. Hat einen YouTube-Kanal. Ja, interessantes Kritik-Video. Kommen wir jetzt zu unserem anderen Thema. Die Grenzgänger-Studios hatten auch ein Kritik-Video zu Tobias Huch gemacht. Das wäre zum Reagieren tatsächlich ein bisschen lang gewesen. Und es ist über zwei Stunden lang. Die reagieren nach 15 Minuten auf Tobias Huch und haben da über zwei Stunden Video draus gemacht. Naja, jetzt haben sie aber das geschrieben. Tobias Huch attackierte Karjajana für sein Statement zu Israel-Palästina. Daraufhin zerlegten wir ihn in diesem Video. Jetzt hat er unser Video sperren lassen. Ihr könnt es aber mit Hilfe eines VPN-Klients trotzdem anschauen. Link in den Kommentaren. Nun ja, das finde ich doch seltsam. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Vorwurf hier stimmt. Also, ihr könntet mir ja mal in den Chat schreiben. Gibt es schon ein Statement von Tobias Huch zu diesen Vorwürfen hier? Denn wenn man so ein Video mit über 50.000 Klicks sperren lässt, dann sollte man das ja gut begründen können. Also, hier steht, dieser Inhalt ist aufgrund einer Verleumdungsbeschwerde in dieser Landesdomäne nicht verfügbar. Also, ich hatte das Video gesehen, die Verleumdung muss ich wohl verpasst haben, aber ich kenne mich mit Tobias Huch aus nicht so gut aus. Vielleicht war da eine Aussage falsch, ich weiß es nicht. Wäre halt interessant zu wissen, wie Tobias Huch das begründet, wenn er das gemacht haben sollte. Wenn er das gemacht haben würde. Wenn er das gemacht haben sollte. Naja, wie gesagt, wenn er ein Statement abgegeben haben sollte, dann schickt mir das gerne per Direktnachricht auf Discord. Dann würde ich darauf nämlich auch noch direkt reagieren. Da das hier ja schon schwere Anschuldigungen sind, sollten sie zutreffen. So.